Sido möchte allen Gefallen. Der will halt nicht das Arschloch sein. Wenn sich der eine freiwillig unter die Bühne legt und dem einen lutscht, ist das für mich nicht verwerflich. Sido, Sido, Sido. Prost. Prost. Wenn das Getränk fertig getrunken ist, dann ist das Interview fertig. Oh, der Schluck war groß. Du hast aber, ehrlich gesagt, viel Wasser drin. So stark ist die Sache gar nicht. Na gut, okay. Das geht. Sido oder Paul? Ich bin hier in meiner Form als Sido hier jetzt hergerade. Aber du kannst sagen, wie du willst. Ich kann dir nicht sagen, wer antwortet. Kommt dann aus dem Herzen von der Hard. Auf der Bühne bist du ja ganz bewusst, Sido. Und in unserem letzten Interview meintest du, dass du nebst der Bühne möglichst oft versuchst, Paul zu sein. Gelingt dir das? Ja, ich komme gerade aus dem Urlaub. Jetzt gerade. Heute Morgen aus dem Urlaub gekommen. Solange ich dann, ich war auf Mallorca, solange ich dann halt nicht durch die Innenstadt laufe und halt von in jeder Ecke erkannt werde, bin ich halt Paul. Das geht. Prost. Du hast für deine letzte Alben-Promo ja wirklich so völlig die Hosen runtergelassen. Du hast vom Entzug gesprochen, vom Drogenix, das heißt die Ehe, die in die Brüchen geht, das heißt die richtige Lebenskrise. Was hat das mit dir gemacht? Midlife-Crisis. Midlife-Crisis. Wahrscheinlich. So ein bisschen mehr als ein halbes Jahr später. Was hat das mit dir gemacht? Na, Kicker. Was heißt Kicker? Na, Kick. Guck. Na, guck doch. Kicker. Na, guck. Hier sitze ich. Mir geht's gut. Bist du happy? Ja. Inwiefern? Also ich habe wieder Spaß an allem. Ich sehe wieder einen Sinn in allem. Ja, ich finde das Leben wieder schön. Würdest du wieder alles so offen erzählen? Ja, jederzeit. Ich glaube auch, dass das zu meiner Therapie dazugehört hat, dass jeder das weiß, dass ich das nicht verstecke. Inwiefern, wenn du sagst, ja, Therapie, Therapeutisch? Naja, ich war ja auch in Betreuung und so weiter. Das volle Programm. Aber damit ist es ja nicht getan, dass du dann halt mit so Experten sprichst die ganze Zeit. Du musst das ja mit dir selber auch klären. Du musst ja verstehen, um was es da geht. Wenn ich das dann nur mit mir rumtrage, dann mache ich ja wieder dasselbe wie die ganze Zeit. Ich kläre das nicht. Ich versuche das nur so mit mir selber zu klären. Ich muss das alles mit mir selber klären, aber ich wollte halt auch, dass die Öffentlichkeit das weiß, damit die erst mal verstehen, warum ich was wie sage, warum ich wie bin, warum ich schon mehr getrunken habe als du. Und damit die auch ein bisschen auf mich aufpassen. Und hast du das Gefühl, sie haben es verstanden? Ja. Ich werde oft als Paul angesprochen. Du hast auch gefragt, ob du mich Paul oder Silo nennen sollst. Das ist sehr höflich. Und das ist auch genau das, was ich brauche. Diesen Unterschied von Paul zu Silo. Das hat halt mich kaputt gemacht in letzter Zeit. Wer macht den Unterschied von, hast du gesagt, in der Innenstadt von Mallorca, dann bist du eher Silo. Naja klar, ich werde halt erkannt und die Leute rufen Silo, 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 Silo. Dann machst du da halt Fotos und willst halt auch nett sein. Ich kann auch dann schlecht Nein sagen als Silo, Silo will ja dann halt auch allen gefallen und so. Und dann geht halt so ein Schalter um. Ja, schaffe ich halt auch dann nicht so lange. Und ich war auch mit den Kindern und der Familie unterwegs und da ist mir dann doch eher nach Paul. Das finde ich jetzt aber noch krass, dass du sagst, ja, ich möchte allen gefallen. Als Silo. Silo möchte allen gefallen. Also was heißt allen gefallen? Aber der will halt nicht das Arschloch sein. Der ist, das ist halt mein Fan, der da gerade kommt, der ein Foto möchte. Im Zweifel hat er eine Platte gekauft, hat mich unterstützt, hat mich zu dem gemacht, finanziell, der ich bin. Natürlich möchte ich dem jetzt auch ein Foto gewähren, aber als Paul passt das nicht in den Moment, in die Situation, in meinen Tag. Und das ist halt das, was ich differenzieren muss. Es muss Paul und Silo geben unbedingt, damit ich da nicht verfalle in diesen Silo, der mich dann halt unglücklich macht, weil er dann nicht Nein sagen kann, weil er nicht seinen privaten Moment haben kann mit seinen Kindern. Und Paul würde vielleicht in diesem Moment eher sagen, nee, ehrlich gesagt, habe ich keinen Bock. Klingt alles voll und klingt weird. Vielleicht habe ich schon zu tief ins Glas geschaut. Nein, doch, doch. Also es macht für mich völlig Sinn, aber es hört sich für mich auch ein bisschen stressig an. So immer dieses Abwägen und dieses so Merken, wann ist jetzt was hier angepasst. Es ist nicht so stressig. Es macht halt den Freundeskreis viel, viel enger, viel, viel kleiner. Und die Menschen, die man kennt, viel, viel kleiner. Ich habe jetzt halt nicht viel mit Menschen zu tun, weil ich potenziell halt dem Ding ausgesetzt bin, dass die Silo in mir sehen. Ja, was sich, wie gesagt, auch schon geändert hat, weil Leute mir auch schon Paul gewähren und so. Du fragst mich, ob du mich Paul oder Silo nennen sollst. Das wird schon besser. Wie wurde der Kleine, der Freundeskreis? Na, mit Bodyguards. Prost. Es war schon auch ein bisschen bewusste Promo, oder? Also, dass ich das gesagt habe. Ja, dass du so offen mit allem umgegangen bist. Nö. Nö, Promo, Promo. Das ist halt das Ding, die Geschichte zu dem Album gewesen. Aber nicht jetzt extra für Promo gemacht. Ich finde auch, die Promo war ziemlich klein. Ich habe ein großes Interview gegeben. Mehr war das gar nicht. Das waren so die letzten Schlagzeilen. Und dann hat es aber jetzt noch anfangs Juni eine weitere Schlagzeile gegeben. Es war kürzlich Bochum, der Rammstein-Witz. Achso, ja. Was ist mit dem? Findest du gut? Du sagst ja selber, es ist ein Witz. Wie kam es dazu? Ja, das ist doch zwei Tage vorher passiert. Und dann habe ich, das war sehr spontan, habe ich diesen einen Moment in der Show, wo ich einfach nur ins Publikum gucke, so eine Minute lang, weird, random, keiner, ne? Und diesmal habe ich den halt aufgehört mit, ich suche mir hier gerade jemanden aus, der mir unter der Bühne gleich einen lutschen soll. Ich fand das witzig. Ich fand das witzig. Ich habe das dann auch noch ein, zwei Mal gemacht. Würdest du das zum heutigen Zeitpunkt noch mal machen? Ja, warum nicht? Findest du das verwerflich? Was waren die Reaktionen, die du so gekriegt hast? Die Leute haben gelacht, das ist witzig gefunden. Ich habe kein Oh, oder so. Vielleicht auch, wenn ich Oh gehört habe, war es ja auch geplant. Das gehört ja dazu bei so einem Witz. Das ist ja ein expliziter Witz. Ich habe ja nichts verherrlicht. Ich habe ja über die Sache mir keine Meinung gebildet. Was ist deine Meinung? Ja, ich finde das schlimm. Also wenn das so ist, was da gesagt wurde, und diesen Satz ja muss ich sagen, weil halt die sagen, es ist nicht so, jeder sagt, wie es ist. Aber wenn das so ist, ist es halt Katastrophe. Finde ich, kann ich nicht gutheißen, in keinem Sinne. Sex haben mit irgendjemandem unter der Bühne, alles gut. Freiwillig, wenn sich der eine freiwillig unter die Bühne legt und dem einen lutscht, ist das für mich nicht verwerflich. Aber wenn da irgendwie was erzwungen ist oder wurde, ist das Katastrophe. Das ist mein Statement dazu. Sido, ich danke dir. Prost. Und gutes Konzert für dich. Prost. 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 Vielen Dank.